Die Ärzte verpflanzen heutzutage herzig, aber diese blöden Hitzewallungen bekommen sie einfach nicht in den Griff. Ich muss es diese Woche loswerden. Die Wände sind dünn wie Papier. Tut mir leid, ich musste eine Gruppenbesichtigung machen. Es ging nicht anders. Worab bist du das? Kennen Sie sich etwa? Mein Freund, als ich 18 war. Ich muss dir was sagen, Mama. Jetzt gleich? Ich bin schwanger. Was, schon? Bumilei. Ich habe gekündigt. Gefällt er dir noch? Ich weiß gar nicht, was gerade eigentlich mit mir los ist. Das ist ganz einfach. Wenn eine Frau über 30 ist, geht's bergab. Akzeptieren Sie's. Du hast dich nicht verändert. Du bist immer noch so auf dem Hitz. Ach was, schluss. Wie wäre es mit einer Orgie? Hübsch, ein Leder-Hintern. Pardon, Madame. Habt ihr euch wieder? Keine Ahnung. Im Moment wollte ich mir erstmal eine neue Arbeit suchen. Was waren Sie denn früher? Bauingenieurin war ich. Wir sollten uns scheiden lassen. Mit dieser Wirkung hatte ich nicht gerechnet. Oh, das ist die... Wie spinnst du? Sei doch nicht verrückt. Ich hatte noch nie so eine Leidenschaft erlebt. Physisch und geist. Wir verließen das Zimmer nicht einmal. Blieben den ganzen Tag im Bett. Und wann war das? Vor drei Jahren.